Oh, das war ein guter Move. Und dann der Blockshot von Williams. Oh, big time Blockshot. Und das Weißner meldet sich zurück und wie. Und somit die Chance für den FC Bayern München Basketball in Führung zu gehen. Spät in dieser Partie mit diesem L.A.U.-Bandspiel. Kleepeis. Ja, legt er schön ab. Da gemacht. Hoho. Oh. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 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 6. 6. 6. 8. 10. 10. 11. 5.